Ein Tag, ah, hi Leute, ich bin heute Melanie und ich will euch Bescheid sagen, also mein Bruder ist aus der Durstradene und ich, ich will euch Bescheid was sagen, also, äh, fünf, nach fünf Tagen, also, Mama Samstag, oder? Freitag, Freitag, ja, Freitag gehe ich zu einem Laden, der gibt mir so ein Handy wie mein Bruder, weil der heißt Samsung Galaxy, war es da, ich kann euch das leider nicht sagen, weil ich verstehe überhaupt nichts von Handy und, äh, ja, ich fange am Freitag an, wenn ihr, wenn ihr das möchtet, Daumen hoch, so, wenn nicht, dann, mache ich keine, okay, und die freuen mich so, ich verarsche, und ich nehme so ein Handy, so wie ihren, und mache hier in der Wand, bam, und erschreckt sich sowas von, also, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich lachen kann, oder nicht, ich habe richtig Angst, so, ich bin richtig gespannt, der ist jetzt oben duscht, und, ja, Okay, Leute, das war's, und ich freue mich so, und, ja, ich bin gespannt, tschüss!